Einen wunderschönen guten Morgen und Kompliment an euch, dass ihr es geschafft habt, so früh aufzustehen und schon bereit seid für ein Gespräch über Poesie, Politik und Identität. Ihr habt alles richtig gemacht und ihr werdet es nicht bereuen. Ich muss die beiden gar nicht lange vorstellen, ich mache es trotzdem ganz kurz. Er arbeitet als Journalist und als Schriftsteller, er kam 1986 in Kiew zur Welt und 1994 nach Deutschland. 2016 erschien sein Debütroman Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters bei Hansa Berlin. Er ist, habe ich gelesen und ich habe auch seine Sachen gelesen, ein scharfsinniger Beobachter, hat ein untrügliches Gespür für Pointen und beiläufig ausgesprochene Wahrheiten. 2021 ist dann auch der Nachfolger erschienen, eine Formalie in Kiew und einen Podcast hat er auch. Herzlich willkommen, Dimitri Kapitelmann. Dankeschön, danke. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Redakteurin und Moderatorin unter anderem für den Hessischen Rundfunk, aber auch zum Beispiel für die feministische Presserunde der Heinrich-Böll-Stiftung und auch in der Frankfurter Rundschau. Herzlich willkommen, Hadija Haruna Oecker. Jetzt sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema Identität. Solche Vorstellungen sind ja immer, was ich über euch gelesen habe, wie ich mir euch vielleicht vorstelle, was euch wichtig ist. Fällt dir so eine Autorenbiografie schwer zu schreiben oder geht dir das leicht von der Hand? Meine eigene, meinst du? Also ich habe sie ja in Buchform geschrieben und das war schwer. Ich meine, der Klappentext oder macht es der Verlag? Also sozusagen die Punkte, wo du weißt, jedes Interview, was du ab jetzt führen wirst, irgendjemand wird das recherchieren und das hervorziehen, dass du dich mal so beschrieben hast. Naja, also ich überspringe mal die Frage, ob es schwer ist und beantworte die Frage, wie das so ist mit dem kategorisiert werden und den Schubladen gesteckt werden, weil das ist ja was passiert mit diesen Informationen. Das Problem am verschlagwortet und kategorisiert werden als Autorin oder Menschen der Öffentlichkeit ist, dass es nicht mit einem Mal passiert. Also es ist ja nicht so, dass du einmal gefragt wirst, möchtest du in diese Schublade? Ja, nein und dann ist das erledigt, sondern das erfolgt so scheibchenweise. Von Veröffentlichung zu Veröffentlichung, von Interview zu Interview kommt so ein Scheibchen von dir ab und wird in eine andere Schublade, in eine andere Kategorie gelegt. Und ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber also ich habe akzeptiert, dass das in gewissem Maße einfach passiert und dass sich das jeweilige Medium, die jeweiligen Redakteurinnen einfach gerade das nehmen, was für sie die interessanteste Darstellung ist. Und damit muss man, also gerade als wir hier vorne standen, habe ich noch erzählt, dass eine große Zeitung einfach ein Teaser in Ich-Form für mich geschrieben hat, also für mich gesprochen hat, ohne das mit mir zu besprechen. Darüber kann man ausrasten und sagen, ich veröffentliche nie wieder irgendwas und werde authentisch in einer Höhle leben. Oder man schreibt eine höfliche, zurechtweisende E-Mail und holt sich so ein kleines Scheibchen zurück aus der Fabrik. Kennst du die Scheibchen auch, Haditha? Ja, es ist lustig, Dimitri, dass du das sagst, weil ich glaube, ich habe so früh angefangen, selber zu versuchen, dafür zuständig zu sein, in welche Schublade man mich jetzt stecken könnte. Und ich habe ja jetzt erst das Buch geschrieben, das heißt, vorher war es so diese Schubladen, welche Journalistin will ich sein, wie framet man mich, weil das einfach in so einer Vereinzelungsnummer, wenn du überall an vielen Orten die Einzige bist, einfach eine Frage ist, weil man mich halt schnell in framen wollte. Und jetzt, wo das Buch rausgekommen ist, war es tatsächlich, und das ist wirklich schön, also ich habe die Schönheit der Differenz, so heißt ja das Buch geschrieben, eine schöne Erfahrung, weil ich habe zwar viel über mich geschrieben, aber immer mit einem Ziel. Also ich habe Frames oder ich habe Geschichten erzählt, um etwas anderes zu erzählen. Und die meisten Gespräche waren eher darüber, dass es etwas mit Leuten gemacht hat, das, was ich darüber erzählt habe. Das heißt, die waren dann auf einmal bei sich. Ich hatte dann so Gespräche, wo die Leute mir von ihren Sachen erzählt haben. Und dann bin ich so voll fein, damit auch über diese Zuschreibung, weil es ist ja sowieso alles Konstruktion. Das ist ja sowieso etwas, worüber wir bei diesem großen Wort Identität ja auch sprechen. Also wenn man selber davon ausgehen kann, dass andere eh etwas mit einem machen, dann kann man auch Wege finden, glaube ich, sich selbst bestärkt damit zu beschäftigen und es vielleicht sogar den Leuten zurückzuwerfen und sagen, ah, bin ich gerade Schublade A, W, C oder ja. Kann man sich denn überhaupt wehren dann dagegen? Jetzt seid ihr Figuren noch mehr in der Öffentlichkeit, aber es ist natürlich ein generelles Thema bei Identität. Wer hat denn eigentlich die Deutungshoheit? Das ist ja manchmal schön und gut, wenn ich mir überlegt habe, wer bin ich, wer möchte ich sein, aus wie vielen Identitäten bestehe ich? Dann kommt aber die Gesellschaft und spiegelt mir das. Wie kommt man denn vielleicht zu einer maximalen Deutungshoheit für sich selbst? Kann man das? Ich würde schon unterscheiden, welcher Raum es ist, in dem man ist. Also ein medialer Raum. Ich meine, wir sind selber auch publizierend JournalistInnen. Also das sich auseinandersetzen mit KollegInnen, die eine bestimmte Vorstellung haben, weil JournalistInnen sind ja auch nur Menschen in Anführungszeichen. Also sie haben auch ihre Meinung, Gedanken und die vermeintliche Neutralität stelle ich ja generell auch in Frage. Und dann ist da natürlich auch ein machtvoller Raum. Das heißt, wenn ich eine kleine Person in Anführungszeichen von außen bin, die mit der was gemacht ist, dann gibt es, mache ich, würde ich schon sagen, immer in Vorherfragen. Weil das ist so ein Tool, mit dem man arbeiten kann, wenn man JournalistInnen begegnet. Also was hast du mit mir vor? Wie werde ich vorgestellt? Welchen Teil der Geschichte bediene ich in deiner Story? Das sind schon Sachen, die haben auch was mit Empowerment zu tun, weil es ja schon wichtig ist, dass die Geschichten vieler anderer, die man nicht kennt, erzählt werden, aber mitbestimmen möchte, wie sie erzählt werden. Damit sie so erzählt werden, dass man hinterher nicht wie eine gebeutelte Person disempowered rausgeht. Also ich würde immer viele Fragen stellen. Was ist in deinem Kopf? Wie stellst du dir mich vor? Stimmst du zu? Ja, tatsächlich. Also auf jeden Fall die Frage, in welchem Raum es ist, finde ich super wichtig. Ich würde auch gleich gerne ein Beispiel geben, aber vorher auch noch hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob maximale Deutungshoheit etwas ist, was man will und ob das überhaupt realistisch ist. Also teilweise ist ja the beauty of it der Zerspiegel kommt. Und also, um es mal ganz praktisch zu machen, ich erinnere mich an eine Vorstellung in einer sächsischen, ich bin durch die sächsische Provinz getourt vergangenen November. Ich glaube, es war Groß Röhrsdorf oder so. Und eine Bibliothekarin hat mich vorgestellt mit den Worten, naja, naja, sie ist auch hier mit seinen Themen, naja. Vor allem an uns kann er sich scheiß aber mehr zu sagen. Das war die Vorstellung. Und ja, einerseits hart. Keine Vorstellung. Aber also in gewisser Weise auch sehr respektvoll. Machen Sie es einfach selber. Keine Fake News. Ja, und ja, dann saß ich halt so in Groß Röhrsdorf vor, ich glaube, so 40 größtenteils SeniorInnen und RentnerInnen, die mich angeschaut haben wie ein Außerirdischer, ne? Mit diesem Buch über sächsische Bürokratie und Nationalismus und Kiew und irgendwo noch was Jüdisches und so. Aber das war eigentlich eine ganz großartige Lesung. Also eben zusammen herauszufinden, was seht ihr eigentlich in mir gerade, wenn ich euch diese Geschichte von meiner Familie erzähle. Das ist ja eigentlich ein total wertvoller Prozess. Auch die Fragerunde war total entspannt, weil es kann erstmal nichts. Und ich habe auch gedacht, wahrscheinlich kommt auch nichts mehr. Es ist einfach zu viel Kulturschock irgendwie. Und dann war so eine ältere Dame, die hat vier Fragen hintereinander abgefeuert. Die hat alles gefragt, was sie fragen wollte. Das hat bei allen anderen so Initialzündungen verursacht und aufgelöst. Und dann haben wir noch anderthalb Stunden gesprochen. Und ich erzähle das auch deshalb so ausgiebig, weil die Frage ist, welcher Raum. Mein Gefühl ist, dass die, bei Lesungen, ich habe wirklich viele Lesungen mit dem zweiten Buch, auch dem ersten gehabt, ist, das Publikum ist sehr, sehr, wie soll ich das sagen, emotional verantwortungsvoll und auch reif in der Wahrnehmung der Texte. Und ich habe sehr oft das Gefühl, die kommen schon über den Punkt von den biografischen Koordinaten, ob da jetzt Ukraine steht oder Israel oder was auch immer. Die sind da wegen dem emotionalen Kern, nicht wegen der Zuschreibung. Und das Mediale, das ist dann ein anderer Raum. Das arbeitet mit gröberen Sachen. Das zieht sich, wie gesagt, raus, was für sie interessanter ist, auch profitabler. Und ich persönlich sage dann, okay, so läuft das eben. Also um an diesen schönen Punkt zu kommen, musst du diesen gröberen Prozess akzeptieren. Bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn ich sage, das ist einfach falsch, so will ich nicht dargestellt werden, dann wehre ich mich. Aber darüber, dass halt so Scheibchen verteilt werden, ich glaube, das ist einfach Teil, wenn man in diesem Feld ist. Ich finde, du hast gerade beide Räume eigentlich verbunden. Weil oft ist es ja so, dass das Publikum oder die LeserInnen ja durch mediale Debatten angestoßen sind, bestimmte Triggerworte zu haben. Oh, das will ich besser verstehen, das kapiere ich nicht, da bin ich sauer oder Abwehr, wie auch immer. Und dann kommt so ein Buch, da kommt so ein Text. Deswegen ist ja Literatur oder das Wort jetzt mal an sich ja auch so eine Möglichkeit, Menschen abzuholen. Es ist ja eine Form. Und so eine Lesung als einen Begegnungsraum zu verstehen. Das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt auf die Lesung gucke, die ich gemacht habe, und jetzt mal weg von den Medien, sondern diesen Begegnungen, ein super diverses Publikum war es bisher immer. Eigentlich genau das, was ich im Buch gemacht habe. Es scheint also genau das zu sein, was du sagst. Die Leute suchen nach einer emotionalen Verbindung. Und hier kommt das. Das ist, glaube ich, also wir sind eine super rationale Gesellschaft, so definieren sich viele. Rational ist das Vernünftige, so erklären wir die Dinge. Aber emotional verstehen wir sie eben auch. Und gerade wenn es kompliziert wird, wenn es um Dinge geht wie Krieg oder eben Identität oder wer sind wir und all diese großen Fragen, deswegen sitzen wir hier, dann braucht es so Begegnungsräume. Und die schaffen wir nicht einfach so. Gestern hat mich zum Beispiel, und das ist jetzt auch eine Anekdote, weil ich fand es wirklich, also es war für mich sehr bewegend. Ich habe heute auch noch darüber nachgedacht. Mich hat eine Frau angesprochen oder eine weiblich gelesene Person in diesem Fall und sagte, sie ist in Bubbles unterwegs und sie kommt aus denen nicht raus. Und sie hat, und wie man das macht. Und ich fand es einfach, also, und sie hat sich so, es war ein schambehafteter Moment vielleicht auch ein bisschen, weil sie mich angesprochen hat, aber gleichzeitig hatte ich das vorher gesagt. Sucht euch Räume. Also wo finden wir denn Räume, wenn wir was anderes erleben wollen und wir lernen einfach, verstehen einfach besser in Begegnung. Ein Buch kann eine Tür öffnen, aber so eine Lesung mit, ich meine, man muss ja erstmal überhaupt da hingehen. Das heißt, in diesem sächsischen Dorf, diese älteren Herrschaften, die ich gar nicht, also die hatten Interesse, die wollten irgendwie durch eine Tür. Und es gibt super viele Menschen, die durch Türen wollen. Deswegen, ja, Kategorien, Konstruktionen, aber die meisten Menschen haben eigentlich keinen Bock auf sie. Deswegen, da gehe ich mit dir. Ich würde gerne kurz, du hast es angesprochen, bei den Worten bleiben. Ich finde, wir sind gerade schon in einer Zeit, wo wir, was meiner Meinung nach auch gut ist, viel um Worte ringen und überlegen, was können diese Worte eigentlich auch noch bedeuten oder gibt es bessere Worte für Dinge. Das fand ich war sehr deutlich. Natürlich auch bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Da wurde am Anfang von der Situation manchmal gesprochen, dann eine Krise, der Ukraine-Krieg. Wo findet der statt? Aber wer ist da eigentlich beteiligt? Etc. Darauf würde ich gleich gerne eingehen. Und Hadija, bei dir ist es auch. Dein Buch heißt die Schönheit der Differenz und du sagst da ja auch ganz bewusst, Differenz hat bei uns was Negatives und du versuchst es anders aufzuladen. Was meinst du damit? Genau, also lustigerweise, Differenz, da steckt ja mehr drin, da ist ja auch die Differenzen. Also der Streit ist ja gleichzeitig auch mit drin. Und eigentlich ist es der umgekehrte Weg. Man denkt so, ist sie irgendwie naiv? Ich meine es doch kompliziert. Ja, ja, genau. Es ist kompliziert. Wir haben Diskriminierung. Manche Differenzen oder Unterschiede werden gesellschaftlich nicht anerkannt. Aber wie ist unsere Haltung dazu? Und ich glaube, wenn man mehr vom Aushalten ausgehen würde, also dass wir einfach Unterschiede auch lernen könnten auszuhalten, dann könnten wir über die Schwelle schreiten, zu gucken, wer bist du eigentlich? Und was macht dich aus? Und wenn wir weggehen würden von diesem so, ich verstehe dich nicht, ich verstehe das nicht, wie du lebst, was du machst, sondern ich gucke einfach mal an und lasse das so. Das sind so Halterpunkte, die ich versuche zu machen, indem ich aber über mich gehe und sage, wie habe ich es gemacht? Und ich glaube, wir brauchen so ein bisschen mehr Ehrlichkeit, dass es einfach kompliziert ist, damit wir diese Momente von Abwehr so, das ist mir zu viel, wer kommt jetzt noch, jetzt wollen die auch noch was und so. Das ist ja so eine Stimmung, so jetzt dürfen wir gar nichts mehr. Und gleichzeitig, oh, aber es ist ganz schön viel Menschenfeindlichkeit da. Oh, der Rassismus ist schon ganz schön schlimm. Oh, so viele unterschiedliche Unterdrückungssysteme, die wir da haben. Also es ist so eine Überforderung bei Ermüdung, bei gleichzeitigem Unverständnis. Und was würde am meisten helfen? Ein emotionaler Zugang, ein freundlicher Zugang. Und ehrlich gesagt, es ist nicht nur so eine These, die ich beschreibe, sondern ich fühle das auch. Und das ist jetzt auch nicht pathetisch gemeint, sondern ich glaube wirklich, dass man ein Gefühl dazu entwickeln kann. Und dann schließe ich den Kreis zu der Frau gestern. Dann begegnet man anderen Menschen, weil den Menschen, die ich beschreibe, bin ich begegnet. Also ich habe am allermeisten in Begegnung gelernt. Und dann habe ich gelesen und dann habe ich selbst reflektiert. Und es war auch nicht immer schön. Schmerzhafte Erkenntnisse gehören eben auch dazu. Dimitri, wie siehst du das? Gerade in deinem Buch, du schaffst zum Beispiel ganz viele neue Worte, die unglaublich berühren, weil sie neu sind, aber ganz präzise das beschreiben. Du hast natürlich auch viele Sprachkosmen, aus denen du dich bedienen kannst. Kannst du verstehen, dass manche sagen, das ist aber wirklich jetzt anstrengend, das Gefühl, was Hadija beschrieben hat. Heute darf man das aber auch gar nicht mehr sagen. Also im Gegensatz, manche würden sagen, es ist eine neue Freiheit, eine neue Möglichkeit. Andere sagen diese Beschränkungen. Wo verortest du dich da? Ehrlich gesagt, als du die Frage eingeleitet hast, war mein erster Gedanke, wir ringen nicht so wirklich um Worte, wir ringen tatsächlich um Aufrichtigkeit. Also wir ringen darum, ja, die Wahrheit auszusprechen und die ist eben oft schwierig. Die ist oft verwirrend, die ist oft nicht zufriedenstellend, weder für sich selbst, für einen selbst noch für die anderen. Also zum Beispiel, wenn man eben statt Rechtsextremist in der Schlagzeile oder statt Nazi, was auch immer da geschrieben wird, Jugendliche oder Hooligans oder diese ganzen Scheiß-Euphemismen dann, das wird natürlich viel mehr wehtun zu sagen, das waren Nazis. Wir haben schon eine Menge Nazis seit langer Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Deutschland wurde nie so richtig entnazifiziert. Also das hat ja einen Grund, dass um die Worte gerungen wird. Die Worte, die wollen nicht, dass man um sie ringt. Die sind ja eigentlich da. Die sind alle da. Sondern es sind wir, die ringen mit dem, welche wir bereit sind zu nutzen. Und was meine Sprache anbetrifft, ich denke jetzt nicht so unglaublich viel über Sprechverbote nach. Für mich ist eher die Maxime so zu sprechen, dass mich möglichst alle verstehen. Und interessanterweise gelingt das am besten, je eigenwilliger ich spreche. Man könnte ja meinen, es erhöht sich, wenn man so plain spricht. Aber dadurch, dass man, dass ich eine recht individuelle Sprache nutze, die sozusagen sehr leicht auf mich zurückzuführen ist, habe ich das Gefühl, dass es den Menschen leichter fällt, das zu verstehen. Vielen verschiedenen Menschen. Ja. Oder anders gesagt, weil ich bereits mit mir gerungen habe, müssen meine Leserinnen das eher nicht tun mit dem Text. Also so stelle ich mir das vor. Dass ich vorher ringe und dann, zumindest mit der Sprache dann, also mit dem Inhalt muss man dann sehr wohl ringen wahrscheinlich. Aber bei der Sprache will ich jetzt niemanden im Weg stehen. Aber was du tust, dieses Ringen, was du vorher beschreibst, ist ja auch Entscheidungen fällen. Und damit ist es eine bewusste Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass dieser Unterschied, also wenn, also wir haben, das ist ja eine unterschiedliche Art zu schreiben. Jetzt bei mir ist es ja trotzdem eher ein Sachbuch oder wenn journalistische Texte. Aber ich stelle mir das Publikum schon vor. Und ich glaube schon, dass wenn wir uns mit Sprache oder mit Wörtern anders beschäftigen würden, die eher die Frage stellen, jetzt kommen wir wieder zu dem Ansatz, was ist meine Haltung dazu? Wen will ich erreichen? Wer will ich überhaupt, dass mein Text liest? Und habe ich das, habe ich die Worte, die ich nutze, durchdrungen? Ich finde, es gibt eine Verantwortlichkeit als schreibende Person, das Wort, das ein machtvolles Ding ist für mich. Da werden jetzt andere sagen, nein, in Worten gibt es keine Macht. Ich glaube, Worte sind sehr machtvoll. Zu sagen, habe ich den Sinn durchdrungen? Kenne ich die Geschichte eines Wortes? Manchmal saß ich an einem Text und dachte, na klar, man kann so sagen, oh, dieser Satz ist aber jetzt mit so komplizierten Worten oder zu groß. Dann vereinfacht man, dann umschreibt man, dann, es gibt so viele Möglichkeiten. Gerade die deutsche Sprache hat viele Wörter. Also, und gerade wenn man, und das ist ja auch eigentlich das Schöne, ich bin jetzt nicht so super bilingual, meine Eltern haben Englisch gesprochen, also Deutsch schon meine Hauptsprache. Aber ich sehe, dass an Freundinnen, die mehrsprachig sind, wie oft auch dieser Transfer, und dazu wirst du bestimmt viel sagen können, in Sprachen zu denken, darüber unterhalte ich mich gerne. Dann merkt man so, wie die Räume aufgehen. Wie machen sie es in anderen Sprachen? Auf einmal ist es nicht mehr so starr. Dann kann man sich überlegen, ja, dann mache ich das jetzt einfach auch im Deutschen, wenn es das in der XY-Sprache geht. Und das macht mir Freude. Sprache spielen, nicht so, das war schon immer so, das müssen wir jetzt immer so machen. Sie hat sich doch eh immer verändert und angepasst an Systeme. Geht es gerade ein bisschen verloren, das mit der Sprache spielen? Also man könnte ja manchmal den Eindruck gewinnen, dass sie sehr politisch geworden ist. Vielleicht war sie es aber schon auch immer. Vielleicht wird sie auch instrumentalisiert für die Politik. Ja, ich empfinde das, was politisiert wird, also wenn es jetzt, ich möchte eigentlich nicht über Gendersternchen sprechen, aber ich tue es jetzt kurz. Man könnte einfach andersrum denken und könnte sagen, das ist ein stilistisches, schönes Mittel. Es sieht schön aus, hat Kübra-Gemisch einmal gesagt. Und das fand ich schön. Und dann dachte ich, das passt jetzt zu dem Buch, weil ich dachte, ja, also es ist doch alles eine Frage von, wie gucke ich denn drauf? Also mal nebst dem politischen Inhalt wieder dieses, was steckt in einem Wort, warum benutzen wir heute andere Wörter, als wir sie früher benutzt haben. Das ist Geschichte, Verantwortung, zeitgemäß. Ich benutze all diese anderen Wörter nicht wie Zensur und so, weil das ist für mich einfach verantwortungsbewusstes Schreiben. Aber dann gibt es einfach, was ist schön? Was sieht gut aus? Wie reden wir? Es gibt Jugendsprachen, es gibt Milieusprachen, es gibt so viel. Man kann mit so viel spielen in Literatur, ich weiß gar nicht. Also ich empfinde, es ist eine Instrumentalisierung, um sich nicht beschäftigen zu müssen. Ja, ich würde es nicht nur gern zustimmen, sondern auch ein anderes konkretes Beispiel geben, der auch mit dem Gendersternchen zu tun hat. Vielleicht wären wir sowieso noch auf das Thema gekommen. Die Kolleginnen Mito Sanyal, Simone Buchholz und ich haben Anfang diesen Jahres eine Parlamentspoetin vorgeschlagen und einfach 70 Millionen Menschen wütend damit gemacht. Und der Eingangstext, also der Vorschlag, der in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, war gegendert. 15 Minuten vor Veröffentlichung, also vor Andruck, hat sich die Süddeutsche bei Simone gemeldet und gesagt, wir gendern aber nicht. Was machen wir jetzt? Simone hat dann gesagt, dann lassen wir Parlamentspoetinnen einfach stehen, ungegendert. Man könnte sagen, okay, naja, irgendwie komisch, aber Hauptsache man kriegt das, was man wirklich zu sagen hat, raus. Der Rest ist vielleicht Feinstoff. Ich spule zwei Wochen einige Bildartikel, ein Treffen im Bundestag, absurdeste Shitstorms spule ich vor und ich sitze in, of all places, Ludwigshafen in meinem Hotelzimmer und schalte den Fernseher an und sehe Dieter Nuhr im ARD. Und ich kriege so eine ganz komische Intuition, dass ich denke, oh Alter, sprich jetzt bitte nicht über die Parlamentspoetin. Ey, wenn du jetzt mit mir anfängst, wirklich, ich raste aus. Was macht Dieter Nuhr? Er spricht über die Parlamentspoetin und sein ganzer, also sein ganzes Programm oder dieser Corner, dieser Teil besteht daraus, sich darüber lustig zu machen, dass man ja nicht mal mehr gendere, sondern der Parlamentspoet ja von sich aus schon wissen müsste, dass er eigentlich eine Frau ist. Und das ist einfach auf so vielen Ebenen dämlich. Ich würde es ignorant nennen. Es ist ignorant, aber again, so many layers. Also ich weiß halt nicht, was mich mehr da an dem Tag, es hat mich nicht mal geärgert, es war halt eher so ein stiller Moment der Erkenntnis, wie absurd das ist. Der hatte einfach keine Ahnung, wie das eigentlich diese Schreibweise entstanden ist, was wiederum aus einer anderen schlechten Kommunikation hervorgegangen ist. Und dieses Haufen Unwissen kulminiert dann mit dem tatsächlichen Unwillen, über den eigentlichen Vorschlag zu sprechen und lieber billig zu politisieren über Sprache. Ja, es ist ein super Beispiel, weil eigentlich könnte man mit diesem Beispiel anfangen, jetzt ganz viele mediale Debatten so aufzudröseln und sich jedes Mal zu fragen, worum geht es eigentlich im Kern? Das sind so Sachen, die ich mir, wenn ich irgendwie kritische Texte oder Meinungsstücke schreibe, dann frage ich oft einfach so, was ist eigentlich die Frage? Und weil du so schön den Parlamentspräsidenten hattest, der ja dann in einer, im Bild war ja Amanda Gorman, darüber wurde ja auch viel gesprochen, warum ist jetzt eigentlich nicht die kanadische, genau warum Amanda Gorman, weil das natürlich auch eine Debatte war, so Wort, wenn man sie sieht, weiß man schon, da gab es doch diese Debatte in Deutschland. Und da ich eine der ÜbersetzerInnen mit war und wir schon fertig waren, war auch es sehr interessant zu erfahren, dass A, auch über unser Gendern gesprochen wurde in diesem Text, also dass er vorverurteilt wurde, aber dass vor allem ja diese Frage gestellt wurde, dürfen Weiße keine Schwarzen mehr übersetzen. Und diese Frage hatte ja niemand gestellt, außer der Feuilletor selbst. Und das ist halt auch interessant. Das ist natürlich aus so einer selbstreflektierten Perspektive schwierig, weil auf einmal war ich selbst Teil eines Diskurses, das kennst du das Gefühl, und man wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber es ist ein schönes Beispiel, um zu dekonstruieren, wer hat nach dem, drei, vier Wochen eigentlich die Frage gestellt, es waren Übermedien. Übermedien sind nach Holland gegangen und haben die ganze Geschichte rekonstruiert bis zum Schluss und haben festgestellt, dass schon bei der Übersetzung vom Text, jetzt kommen wir wieder zum Wort, aus dem holländischen Text, dem Volkskracht, ins Deutsche der Fehler gelaufen ist, weil der Spiegel einen anderen Diskurs aufgemacht hat und alle sich dran gehängt haben. Aber wer kann schon holländisch? Wer kennt die Debatten in Holland? Wer kennt den Kontext? Warum hat die Frau das gesagt? Ja, ich will damit nur sagen, eigentlich müsste man grundsätzlich skeptisch sein, weil wir in Zeiten leben, in denen von verschiedenen Orten aus, und das ist schon auch ein relevanter Punkt und jetzt wird es politisch, Interessen sind. Und wir haben aber unglaublich viele Informationskanäle. Also die einen konsumieren überhaupt keine Medien mehr, die anderen sind nur noch im Netz, die dritten nur Social Media oder vertrauen nur noch den Leuten, denen sie folgen. Die sind vielleicht auch auf Telegram. Also wer hat das Wort und wo findet das statt? Und das ist für mich schon politisch. Und das Einzige, wie ich das Gefühl habe, durchzukommen, ist skeptisch zu bleiben. Das ist schade, aber auch ein Teil meines Gefühls. Die beiden Beispiele, Amanda Gorman und die Parlamentspoetin, hängen natürlich eng zusammen, weil es da um die wirkliche Brücke von Poesie und Politik geht. Warum, glaubst du denn, Hadidja, hat es bei Amanda Gorman und Joe Biden so gut funktioniert und weltweit ja wirklich auch für die Relevanz vielleicht von Poesie wieder die sehr in Scheinwerferlicht gestellt? Und warum tun wir uns damit vielleicht so schwer? Also du kannst vielleicht gleich auch nochmal berichten, wie der Stand um die Parlamentspoetin jetzt ist oder dem Parlamentspoeten. Aber genau, was hat daran so gut funktioniert? Lag es dann doch an dem Text, an einer anderen Art der Inszenierung, dass es der amerikanische Präsident war? Was glaubst du? Gut, also ich meine, die USA sind nicht Deutschland. Und der ganze Kontext, in dem das stattgefunden ist, das gibt es ja in Deutschland nicht. Das bedeutet, da ist eine Routine, nenne ich es jetzt einfach mal, eine geschichtliche Routine wiederholt werden zu einer Zeit einer Abwahl von Trump. Und dann kommt sozusagen, das war einfach so ein geschichtlicher, es ist einfach ein geschichtlicher Moment. Und natürlich könnte man auch sagen, der ist sehr inszeniert, weil jetzt kommen wieder alle die Diversitätshasser, die dann sagen, ja, das hat er ja extra gemacht, da hat er so eine junge schwarze Person dahin geholt und dann ist, na gut, kann man so lesen oder man kann es aber auch so lesen und kann sagen, ja, manchmal braucht die Geschichte Momente, damit alle so machen können. Und das war so ein Moment. Viele haben einfach aufgeatmet und haben so dieses Gefühl der engen Luftbefreiung gespürt. Und Amanda Gorman war eine perfekte, Person und ihr Text hat wunderbar gepasst. Er war aus einer bestimmten Generation, also alles war einfach ein Moment. Und deswegen hat er viele berührt. Und jetzt kommen wir wieder zu Sprache und Emotionen. In dieser Form hat ihr Gedicht Menschen angesprochen, ihnen ein Gefühl gegeben, was vielleicht eine Keynote, die nüchtern gehalten worden wäre, nicht erreicht hätte. Manchmal ist Lyrik, und jetzt gebe ich den Ball einfach zu dir, weil ich das Gefühl habe, oder wir haben nie darüber gesprochen, aber daher kam ja die Idee, welche Worte könnte es gebrauchen, damit manche wachgerüttelt werden. Und natürlich ist es dann eine strukturelle, institutionelle Frage. Das war ja dann auch die Debatte. Aber erstmal ist ja die Frage, wir sind in einem Deutschland, in dem Diskurse so geführt werden, wie wir sie jetzt die letzten Minuten besprochen haben. Und wo sind die Räume, um die Leute in einen anderen Modus zu bringen? Ist es die Lyrik? Ist es das Gedicht? Ist es ein anderes Wort? Ja, also wachgerüttelt ist tatsächlich ein ziemlich treffender Begriff. Also eine der billigsten Kritiken war ja, ja, tanzen wir dann die Impfpflicht oder sowas, ne? Das stimmt. Als ob Poesie jetzt etwas wäre, das nur Blütenträume kennt. Verreime. Ja genau, als könnte das nicht in diversesten Formen da einfach A, Wahrheit, also Sprache in der Wahrheit ist, und zwar nicht versteckt, und dann auch einfach Emotionalität reinbringen, die ja in diesem Raum natürlich auch sehr politisch ist. Und ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gegner gehabt, auch politische Interessen. Da war zum einen tatsächlich genau die Leute, die das eben auf so eine Frage von Ausschluss, die sich eben durch gesellschaftliche Vielfalt angegriffen und beraubt fühlen, anstatt zu sehen, dass das ein Vorschlag für absolut alle ist. Und der sagt, der eben auch sagt, hey, so wie die Debatte jetzt ist, wenn Leute in Telegram-Gruppen verschwinden, statt vielleicht mal im Parlament zuzuhören, funktioniert das nicht. Lass uns doch diese Form mal ausprobieren. Also da war ganz viel einfach, nee, das ist hier linkes Gender-Gewäsch, also einfach so Autopilot-Hass, Autopilot-Abwehr. Ich glaube aber auch, dass da einfach eine große Angst war, sich zu blamieren, auch ein krasses Misstrauen in die Kunst und die Kultur. Also ich weiß noch, ich habe ja mit ein paar Bundestagsabgeordneten gesprochen dann und habe irgendwann gesagt, stellen Sie sich vor, wir machen das jetzt 20, 30 Jahre, dass jedes Jahr hier eine Schriftstellerin oder vielleicht auch ein anderer Künstler ist, was das für einen zeitgeschichtlichen Kanon irgendwann ergibt, was das für eine kulturelle Vielfalt und auch also bedeuten würde, wie viel positive Synergien mit einem so einfachen Mittel zu machen wären. Aber das kam nicht an. Ich hatte das Gefühl, die Angst davor, dass man da steht und jemand reimt Maus auf Haus und es ist doof und man ist blamiert, viel größer war, als die Bereitschaft, das riesige Potenzial zu sehen. Und dann muss ich auch sagen, again, medial, die Medien haben keinen guten Job gemacht. Wirklich nicht. Also zum einen aus Eigeninteresse, um einfach Fragen zu stellen, die niemand gestellt hat, so wie das Feuilleton und damit Auflagen zu verkaufen. Aber auch einfach schlecht gearbeitet. Also keine einzige Zeitung hat mal recherchiert, dass es bereits, im Spiegel hat es dann die Samuel Loh irgendwann gemacht, niemand hat recherchiert, dass es bereits ein Budget gibt für Kunst im Bundestag. Und dass das aber jetzt fast immer dafür genutzt wird, einfach Gemälde einzukaufen. Nicht eine Zeitung. Also alle Qualitätsplätze, niemand hat das mal recherchiert. Und vielleicht kam noch hinzu, dass wir einfach alle so von Omikron im Würgegriff waren, dass das so der perfekte, einfache Gegner war, wo jeder sich mal abreagieren kann und drantreten kann. Und das ist wirklich richtig, richtig eskaliert. Ich habe das öffentlich nie so gesagt, aber das ging bis zur Kriminalpolizei, der Shitstorm, der da kam. Weil wir vorgeschlagen haben, dass da jemand ist, der eine Sprache für alle findet im Parlament. Ich wollte das gerade bekräftigen an dem Punkt, dass als ich die Medien gelesen habe dazu und ich kenne MeToo, deswegen kenne ich die andere Seite der Geschichte, war für mich der Eindruck, die Politisierung fand darüber statt, dass die Forderung war, ein möglichst diverser Schar sozusagen. In welcher Form auch immer. Das eine Argument, das ja für viele ganz starr war, war dieses, das ist vom Staat. Ein Dichter vom Staat engagiert, der kann ja nicht kritisch sein. Hä? Das war ja sozusagen, er bietet die Plattform, nicht er gibt vor, was für Texte. Okay, das hätte man dekodieren können, aber das andere war, die Identitätsnummer sofort zu schieben. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, Diversität nicht verstanden zu haben. Also die Forderung wurde nicht verstanden. Sie wurde politisiert als eine, die Minderheiten wollen wieder zu viel oder die Marginalisierten. Überall grätschen sie sich rein, ohne zu verstehen, dass das unsere Gesellschaft ist. Und hier ist dieser Hin, und ich habe das Gefühl, das hat einfach viel mit diesen, eben diese Bubbles zu tun, dieses sich nicht kennen, sich nicht verbinden. Wer hat die Deutungshoheit? Wenn man Diversität oder Differenz oder wie auch immer man es nimmt, wirklich verstehen würde, dann würde man sich wünschen, dass an allen Orten, wo Repräsentation ja stattfindet, einfach unterschiedliche Leute sind, weil sie am besten unterschiedlich kritisch sein können. Ich finde die Parlament, also die Idee, am Anfang war ich so, ist mir eigentlich erst mal egal, ob es das gibt oder nicht. Aber ich habe das Politische schon verstanden, weil es ging darum, es braucht irgendwo mal eine Stimme, die irgendwo hinruft, weil in den politischen Räumen alles so einheitlich ist und wir keine Formen haben, uns anders politisch zu unterhalten. Und vielleicht ist es die Literatur, vielleicht ist es das Wort. Und diese Idee hat mir gut gefallen, aber ja, tatsächlich würde mich jetzt, du hast es ja gefragt, interessieren, was ist der Stand? Naja, also die Sache an Simone ist, sie hat jetzt erstmal einen neuen Literaturverband gegründet. Was? Nee, den gibt es doch schon seit Freitag. Ach, seit Freitag. Oh, guck mal, siehst du, Freitag war gestern. Okay, ja, gut. Welcher Literaturverband ist das denn? Sie hat den Pen Berlin gegründet. Genau, sehr gut. Und also immer, wenn mein Telefon klingelt und Simone steht, dann weiß ich, oh, oh, Kulturrevolution. Ich mache nur Spaß natürlich, aber auch nicht. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, also es gibt so ein paar Unterhaltungen, aber also mein Punkt und das ist echt eine traurige Konsequenz, die ich daraus gezogen habe, aus diesem ganzen Parlamentspoeten-Debatten, wie, abgesehen davon, was dieses Projekt bedeuten würde und ist die Art und Weise, wie mit einer Idee, und zwar mit einer letztlich gemeinnützigen Idee, inklusiven Idee für alle, umgegangen wurde, die hat mich so abgefuckt. Also es war so undankbar. Und also warum, und wir wurden ja auch alle wirklich persönlich angegriffen, warum würde man sich das antun? Und also in diesem Fall, wir drei sind halt so schon relativ erfahren damit, dass die Scheibchen kommen und dann auch mal eine Tomate auf diese Scheibe geschmiert wird. Aber warum sollten Menschen, die nicht so viel Erfahrung haben mit Öffentlichkeit, die das einfach, die das nicht aushalten, dass einen da tausende Leute im Internet fertig machen, warum sollten die sich das antun, sich an die Öffentlichkeit mit einer Idee zu wenden, wenn das dann in Gewalt endet, auf die eine oder andere Art. Und das fand ich wirklich, wirklich erschreckend, dass die Debatte an dem Punkt ist oder die Art, miteinander umzugehen, in der Öffentlichkeit an dem Punkt ist. Und gleichzeitig ist es irgendwie doch, bleibt es oder macht es deutlich, dass ohne wehrhaft zu sein, wir nicht weiterkommen. Weil dieses Gefühl, oh, das, was wir jetzt so, ja, total lachhaft beschrieben haben, das habe ich gestern auch gesagt, so Diversität kann man mal machen, kann man mal lassen, kann man mal wie irgendwie über den Kuchen streuen. Gleichzeitig ist die andere Seite da, der Backlash ist da, die Abwehr ist da. Du hast sie beschrieben im Netz, sobald man sozusagen mit einer Idee kommt, es muss ja noch nicht mal ausgereift sein. Sie könnte einfach nur sagen, lasst uns mal anders denken, kommt die Gegenwehr. Und dann wird sie deutlich. Und das ist das, was auch viele nicht sehen möchten, aus unterschiedlichsten Gründen, die vielleicht auch zum Teil verständlich sind, weil es sowieso viel ist und man sein eigenes Leben hat und genug Issues und so. Aber gleichzeitig ist es da. Und ich glaube, wir haben eine Verantwortung, weil die Frage sozusagen, wo steuern wir gesellschaftlich hin, wenn wir jetzt schon mal den Krieg vor der Tür haben. Man sieht ja, wie schnell alles sich ändern kann. Und zwar nicht nur irgendwo, weit, weit weg, sondern hier. Und deswegen ist es für mich eine Verantwortung, also wir haben diese Verantwortung, weil es ist schon längst da und vielleicht sehen wir es nur nicht, so wie den Klimawandel. Aber es gibt Kräfte und die möchten Veränderung nicht. Wir sind fast am Ende angekommen. Deswegen, um nicht ratgeberhaft zu werden, aber vielleicht trotzdem etwas Hands-on am Schluss. wo könnte die Reise denn bestenfalls hingehen? Rund um die Themen Sprache und Politik. Gibt es was, wo man eben selbst sein Bewusstsein doch noch schärfen kann? Du hast es ein bisschen anklingen lassen, Hadidja, die Schönheiten der Differenzen anders zu betrachten, sich vielleicht nochmal zu überlegen, wo kommen Worte her? Welche Worte gibt es noch? Aber was könntest du Menschen gerne mitgeben, die hier sitzen? Also eigentlich sind die beiden Punkte, glaube ich, das Erste. Ich glaube, man muss sich auf seine eigene Reise geben. Ich glaube, man hat es oft schon gehört, so im Rahmen dieser Rassismus-Debatte, check your privilege und so, das ist dann so schön cool verpackt. Aber jetzt mal mit all diesen coolen, hippen Begriffen zur Seite. Ich glaube, damit sich auseinanderzusetzen, was ich bin und was ich nicht bin, so mache ich es auch in meinem Buch. Ich drösel auf und sage, ich weiß, wo ich auf der diskriminierten Seite oder potenziell diskriminierten Seite stehe, aber wo ich auch Privilegien habe und die habe ich auch. Und ich glaube, wenn man auf einmal merkt, oh, man ist vieles und die anderen auf einmal auch in ihren Vielheiten betrachtet, Überschneidungen feststellt und dann den nächsten Schritt, also dann erst ist es möglich, den nächsten Schritt zu gehen. Also eigentlich gut zu sich selbst zu sein, während man in die Selbstreflexion geht, sich erstmal wirklich kennenlernen im Sinne von, wo bin ich in dieser Gesellschaft, um dann zu versuchen, die anderen zu verstehen, aus den Büchsen zu holen und auch daran zu glauben, dass es nicht nur darum geht, dass alle immer nebeneinander sitzen müssen und jeder spricht nur für sich, sondern dass man lernen kann, sich in den anderen zu spiegeln, nicht für sie zu sprechen, aber im Mitgefühl, im Verständnis für sie. Alleierte sein, wie Bell Hooks mal gesagt hat. Dimitri, was würdest du sagen? Ich habe tatsächlich wieder einen ähnlichen Punkt. Ich habe sowohl nach dem ersten Buch als auch in meinem zweiten Roman relativ oft in der öffentlichen Wahrnehmung versucht zu korrigieren, dass es nicht in erster Linie um partikulare Identitäten geht, sondern zum einen um so ganz universelle Emotionen, aber vor allem um Emanzipation. Dieses Bild von der Box, das habe ich auch verwendet. Klar, man begibt sich auf die eigene Reise, man schaut, in welcher Box sitze ich, aber bestenfalls klettert man dann so hoch und winkt den anderen, die halt in ihren Boxen sitzen. Also das ist ja, das ist ja, was ich bestenfalls erreichen will, für mich selbst und für andere, die sich mit diesen Texten befassen. Und dabei ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Mittel Aufrichtigkeit, auch in der Sprache, zu sich selbst und auch dann zum Publikum. Und an dem Punkt ist es dann auch möglich, daran zu erinnern, wie ähnlich wir uns sind bei allen Differenzen. Vielen, vielen lieben Dank. Man hat, glaube ich, gemerkt, das ist ein sehr, sehr großes Thema für 40 Minuten. Ich hoffe, wir konnten einiges anreißen. Ansonsten kann ich wirklich auch nur sehr empfehlen, die Bücher zu lesen. Und da kann man diese, wie ich wirklich finde, sehr spannenden, relevanten, klugen und lustigen Stimmen, die hier auf der Bühne sitzen, auch nochmal sich genauer anschauen. Man kann ihnen auch ansonsten folgen, weil sie wirklich wichtige Dinge zu sagen haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Herr Tietz und Dimitri. Einen riesen Applaus. Danke Ihnen auch. Danke.